Sie haben Ihren Großvater, den Firmengründer Josef Meier von Regema, ja noch persönlich erlebt. Wie haben Sie die Zeit mit ihm erlebt? Ja gut, also mein Großvater ist ja 1956 gestorben, da war ich 14 Jahre alt und ich habe ihn als Chef, der sehr anerkannt war von seinen Mitarbeitern, der sehr beliebt war, der sich um seine Mitarbeiter kümmerte und der natürlich auch den Betrieb nach vorne bringen wollte und als zielstrebender Unternehmer. So habe ich ihn kennengelernt, wobei ich natürlich, als er starb mit 14, das natürlich nur aus meiner Sicht beurteilen konnte. Ich hatte noch nicht das Verständnis, das man dann später hat, wenn man entsprechend selber in einem gewissen Alter ist.